Es sieht Chapu wirklich ähnlich. Ich war auch überrascht, als ich ihn das erste Mal sah. Aber egal wie er aussieht, er ist nicht Chapu. Du hättest ihn gar nicht erst hierher bringen sollen. Ja, aber er braucht unsere Hilfe. Entschuldigungen schon wieder. Ja, aber... So, es reicht. Genug, Waka. Genug, Waka.